Hallo und herzlich willkommen bei Red Rock Gamble. Ich bin heute hier auf die anderen Ticket und heute habe ich das Spiel. The End, Underground Kingdoms. Viel Spaß. Okay, hier sind wir. The End. Ja, das ist das. Keine Ahnung. Erstmal hier die roten Punkte, alle wegklicken. Zack, zack, zack. Einstellung, Option. Hm. Keine Ahnung. Bonus. Auf weg. Dann hier. Muschee. Scha Redock. Teilen. Ach so. Da fällt meine Maus ein bisschen. Was ist denn los heute hier? Hm. Nein, ich will nicht bezahlen. Ich will nicht bezahlen. Warte. Einer noch. Was ist das eine? Hm. Was ist nur das eine? Das hier. Ah, das war's. Guten Appetit. Oh, ich muss schon die Kapitel durchlesen. Da lief eine Zeit. Oh. Ich kann auch alle anklicken. Aber durch scrollen. Rausgehen. Nächsten. Anklicken. Durch scrollen. Nächsten. Anklicken. Durch scrollen. War ich still geblieben? Der jener. Kapitel 8. Kapitel 9. 9. Dann 13. Ich glaube, da fehlt was. Und jetzt ist er fertig. Ah. Clever, oder? Da ist der letzte. VIP-Punkte. Damit krieg ich gleich neues Level bestimmt. 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 GM. Spielgemeinde. Brauchen wir nicht. Teilen. Brauchen wir auch nicht. Ach, da war noch was. Brauchen wir auch nicht. Ich muss bestimmt den Koffer reingehen. Inventar. Da ist er. Nein. 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 Doch da. Verwenden. Zack. Und nochmal noch VIPs 2. hat leider nicht gereicht. Gratis. Gratis. Einmal im Monat. Auch nicht gratis. Da ist noch etwas. Ganz unten wieder wahrscheinlich. Oder ist ja gar nichts. Ist gar nichts. So Schweinerei. Kann man die schon? Schwarze Witter. Ich glaube die habe ich schon. Das war ein Mist. Noch einmal. War nichts drin. Mist. Okay. Das war dreimal. Nachrichten. Ich habe drei Nachrichten. Warte. Warte. Aufgaben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will doch gar nicht aus dem Clan raus. Ja, dann ist nur noch Bauen hier. Dann muss ich mal gucken, wo waren die? Wo waren die? Da sind die mal rein. Okay. Oh, schnell das Inventar hier, platt. Also, ich mach damit die roten Punkte weg. Vielleicht vergessen und die beiden. Ah, fünf Minuten dauert das. Und Wasser. Wasser, wo ist was? Da ist Wasser. Das kann ich machen. Ah, da brauche ich auch was anderes. Essen. 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 Essen wir hier oben. Da geht nix mehr. Ich geh noch diese Pflanze hinbauen. Oder soll ich das einfach machen? Was ist das andere? Feuchtboden. Wo hab ich denn im Feuchtboden stehen? Da ist er. Da ist er. Da ist er. auch nicht. Da ist sand. Ne, das will ich nicht. fertig okay das war es bei sand pilze die waren doch links und alles durcheinander hier sind sie nicht ich finde keine pilze habe ich keine pilze ich glaube ich habe keine pilze das war die lagerhalle ich brauche ein lichtvertrag und ich das habe ich der ist hier links irgendwo da ist er ah pilze habe ich auch kann ich den einen noch machen den anderen noch nicht das ist aber auch hier so durcheinander wie ich gebaut habe machen wir es anders ich mache einfach das hier weiter ich muss das level 7 werden ha next level bin ich level 6 das ist das ist Amen. Eine Stunde dauert das. Das ist super. Da komme ich ja nicht so weit. Gut, dann gehen wir mit der nächste Quest ran. Es geht alles erst, wenn die Königin Level 7 ist. Nein. Dann kann ich ja gar nichts machen. Dann kann ich ja nicht mehr. Dann kann ich ja nicht mehr. Es heißt Level... Okay, Level 6 muss ich hier? oder mein die die als leute 6 was anders vom oma wenn wir zu Levis ex. Ach ja. Oh, der geht nicht. Ja. Upsa, jetzt bin ich ganz raus. Alles hier raushauen, zack, zack, zack. Komm, da auch noch mal. Nice. Und? Ja, auch noch mal. Weiter geht's. Und? Das war's. Gibt's nur die drei. Oh, schön. Okay. Ich hab zwei legendäre hier. Uh. Ich wollt grad den ganzen blauen noch aufwerten. Da brauch ich doch voll nicht mehr. Ähm. Wie kommt man da nochmal hin? So. So. Wir sind da. Ach, hat auch nicht frei. Schade. Okay. Auch nicht. Aber ja. Okay. Aber ich denk mal, diese vier werden reichen. Die hab ich umsonst aufgewertet. Die drei. Sonst vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich mein. Genau. Genau. So. Und dann. Kampf. Da war ich drauf. Da war ich drauf. Oder? Kampf. Null von eins. Null von eins. In sich. Na. Okay, ich kann mir die Wege auffüllen. Lass uns den Graben machen. Okay. Das handelt doch auch, oder nicht? Stollen. Ach, ich kann mir jetzt zuwachsen lassen. Kann ich also meine Basis so aufbauen, wie ich will? Oh, das wird ein bisschen länger dauern. Das mache ich jetzt nicht. Ich würde jetzt auch sowieso sagen, das war es für heute. Ein kleiner Einblick in meine Ameisenkollegen. Und nächstes Mal, wenn er schaut, will es ganz anders aussehen, wenn das Spiel auf einmal wiederkommt. Da oben muss ich hin, oder muss ich nachher aufbauen. Königin Level 7. Aber das würde ich erst machen, wenn ich Level 7 mit der Königin. Kann ich sagen, alles erst einmal wegpacken. Dann müsst ihr erst einmal alles rüberpacken. Dann die Seite zurecht machen. Boah, das ist ja voll viel Arbeit. Das muss bei Clash of Clash of Claring sein, oder einfach einmal alles löschen kannst und dann loslegen kannst. Naja, was soll's, wir werden das Spiel. Noch das ist das. Okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei euch seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.